I'll keep your love Hier fliegt man auf Bade in das Loch rein, Alter Ich bin auf irgendwo Hä, da ist ein Grab gestanden Das Gras ist 8 Meter hoch Bin ich jetzt ein Zombie, Alter? Aber was bin ich denn? Lass bitte meine Sachen liegen Ah, Creeper Ja, ich bin genau neben dir gestanden, wo du gestürmt bist Jetzt hast du alles aufgekloppt, gell? Ja Ah, Bernie Das sind auch der dreist Gegner Du kannst ja mal endlich hell werden Bernie stirbt gleich Ich bin schon gestürmt Lecker Schwertopp Creeper Creeper Doppelcreeper Na! Wo ist die Fledermaus? Das Fudvieh Du hast uns das genetz Creeper Nein! Ah! 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 Da bin ich denn da von 100 Leute an, Alter Ah! Ja, mir auch! Wuh! Das ist aber krank, gell? Alter! Was ist denn da los? Das sind 58 Gegner Gibt es hier sterben? Achso, Bernie Ich glaube, ich bin deine Sachen noch nicht aufgekommen Weil die kriegst du dann außer wenn du den Graubstein hinmachst, glaube ich Wat? Wenn du den Graubstein von dir zerstörst, kriegst du deine Sachen, die du vorher gehabt hast Ich glaube, es ist ein brennender Ort, das ist okay Aua! Das hätte ich nicht sagen sollen, jetzt kommen sie, oder? Das will doch kleine Vieh sein Ich muss deinen Hut haben Bist du der, 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 der Freer Maus? Ja, pass auf, das sind zwei Creeper Skeleton Boah, ich weiß nicht, wie man den Sche... Hör auf, ich zum Schlagen Nein, nicht! Das ist meiner Aua! Jetzt geh weg, du F*** Creeper, Alter Ah, wie meine Sachen wieder So geht's natürlich auch Ich bin ja nie gestorben, bitte Da hinten in dem Fluss drin Warte, jetzt muss ich am Laufen fliegen, meine Sachen sortieren Ah, so, der Brainer Wo ist denn der scheiß zweite Creeper? Wie, wie mach das hin? Weiß ich nicht, bei mir ist der Creeper dabei explodiert Ah! Den Stand runter weggeschossen, du warst sehr kreativ, gell? Ja Aber ich hab schon wieder so wenig Leben, Alter Ich hab ihn in die Stadt zurück, gell? Ich hab ihn in die Stadt zurück, gell? Ich hab ihn aus Ich brauch jetzt auch mal meine... Wie Bolle mit! Ja, wenn ich gar kein Feen Bitte verwandle ihn in was anderes, als nicht zu einer Fledermaus Ah, Fledermaus, bin ich... Genau so läuft's Ich brauch was zum Essen, ich bleibe mit 3 Karoten Und auf 4 26 Zombie Brains So bitte Guck mal wieder Diamanten Eißen! Probier eine Bolle mit Diamanten Äh, zurück verwandeln Warum ist dieser scheiß Tasten auf Scharf S, Alter? Das ist ja absolut behindert Brauchst du überhaupt nicht ewig, bis der dich unter dem Rainer gegeben hat Nein, da fährt's nix Einrennen 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 Set Also in dem Spiel hat man angefangen, wie voll die zahrende Probleme zu überleben Ja, vor allem, jetzt bauen wir mal eine Hose da, gell? Ja, dann haben wir vielleicht auch nicht so eine fette Probleme und sterben eine ganze Zeit Ich weiß nicht, aber ich will irgendwie schon aufnehmen, Alter Das wird wieder so ein Endlos-Part, aber ich glaube ich schneidest du wieder in der Pfanne Was ist denn jetzt so am schneiden? Immer wieder Intro davor Ja Mit perfektes Minecraft-Intro kann endlich wieder verwenden Das ist voll, gell? Das ist, ich glaube das beste Intro, was ich je gemacht hab, Alter Das kalt mir auch am besten Das hat auch die beste Qualität von allen Und schaut meiner Meinung nach richtig gut aus Für... Ja, für mich Ich mach das so professionell Ich grabe einfach alles mit meiner Hand ab, statt mit einer Schaufel Weil da war doch einfach eine Eisenmine mit 32 Eisen Halt, Alter F*** den 100 Versoren Ja, tun wir ja wohl teilen Brüderlich Naja, ich sag geschwisterlich, weil Brüderlich kann man zu uns zwar nicht sagen Weil... Es war ja nicht beide männlich Watt Was ist denn mit dir los, Alter? Es war ja nur Spaß, aber ich hab schon wieder... Ich hab nur noch drei so eine Hacksawandlung Schenker Ja, ich bin grad voll Oh, ich bring Diamanten und Essen mit Oh, ich bring Diamanten und Essen mit Da, weil ich das jetzt da brate Vor dir was zum Futern Ah, da haben wir ja einen Ofen Cool Den hab ich da hingebaut Das ist aber toll Aber wir müssen mit meinen kleinen Koder Wir müssen doch da mal was farmen gehen, Alter Wir haben hier gar nichts Gar nichts, wir sind voll leeren Pellen Du hast Palmenwood Planks gemacht, bitte Aus Palmenwood, aus dem braunen Holz Wie passt das bitte? Indem du das Holz abbaust Und den Zimitar du hast Und dann die... so wie beim normalen Holz, was der... die Bretter Sieht schon bei mir aber anders aus Ja, weil du jetzt andere Holz hast Das sind ja zwei verschiedene Palmen Ach so, es gibt zwei verschiedene Palmen Okay, auf jeden Fall hab ich jetzt die Grundplatte von unserem Haus mit dem Holz gemacht, gell? Ja Ja, so zu einfach Ich denke, die Wendbären waren cool ausstarren Ja, tun wir mal durch die unterste Reihe ausstarren und dann die Ecken ausstarren und... Ich hab jetzt gerade eine Bodenplatte aus Holz gemacht Weil wir will einen Holzboden haben und keinen Steinboden Ja, kein Bodenplatten, du heimisch Schon? Nicht die Platten Sondern die Viereckenpläcke Also die quadratischen Ja, ich mein ja wohl Das ist gar nicht immer komplizierter wie ich schon bin Ja, wo ist denn der Seed? Wie kann man laven, Alter? Das geht nicht Doppel W Das geht nicht Das geht nicht Ich sag auf den D nicht dafür Bin ich gleich schnell, als wir suchen ist Alter, was ist das für ein mega lag? Ja, das geht wieder Oh klar, ich sag immer lag, da weiß ich, dass ich falsche Bezeichnung dafür, tut mir leid Oh, mich, was hieß denn da vorne? Ich kumble wieder Oh, geil Haha, geil Ich finde einfach die Biome in dem Spiel so geil, Alter, das ist einfach richtig episch Der Brottinger ist geil Boah, mich So wenn du aufhörst, schön Ja Red Rock Boah Ich weiß, als was unsere Wände werden So, jetzt brauche ich dir nur ein Spitzhaken Das ist mir schon wieder zu kompliziert, Alter Ich werde jetzt da ein Workbench herbauen Warum wird jetzt schon wieder dunkel, was soll denn das? Was? Das kann man es nicht sein Ich kürze es in der Tag, bitte, was hast du da hingestellt? Fünf, acht Minuten, Alter, es wird ja noch nicht dunkel, schau mal in den Himmel, es ist gerade am Mittag Du bist gleich in den Gabiom, Alter, wo man dunkel wird Schauts gleich in den Biom so aus, ja Schauts gleich in den Biom so aus, ja Hoppala So, jetzt können wir Diamant upfarmen Was ist das eigentlich für ein Blocker, der denkt da, das ist ein Creeper Das hat sich nicht gebraucht Doch Der Bub holt schon wieder Was ist denn das? Raspberry Bush So, ich werde jetzt da ein bisschen an Red Rock farmen Moment, da ist voll, ich kann nicht da mehr Reis Geil Ihr war Reis Musst mir Reis farmen, wenn wir so eine Erbarn, oder was Asiaten Lass dir unten da Reis farmen Und dann kriegen wir Gold Ich hab ja da schon ein Stück gefunden, ich sag immer, ich hab Das ist irgendwie so ein So St.Federisch Nein, das ist nicht St.Federisch, das ist einfach Absicht Aber irgendwie wäre zur Absicht dann irgendwie Gewohnheiten, das will ich nicht, alter Ich kann ja nicht einfach da an IHON sagen, das ist nicht voll bescheuert IHON, na Ich muss wieder auf IHOP umwechseln, alter IHON Weil sonst sag ich echt irgendwo noch IHON Und? Das klingt ja Du lösst deine Herkunft nicht Ja, Herkunft, ich glaub sie sind St.Federisch Schön Ich hab ja auch Das brauch ich alles nicht, ohne ein normales Haus zu haben Eigentlich brauch ich den ganzen Scheiß Mod da nur mit der WM, wenn ich den Rest Weil ich will ja da nicht Weil grad der Rest ist geil, dass du die in 4 fahren kannst und so Ja das auch aber Ja, ich brauch kein Warte dazu, da hat das Ultrageräte, also irgendwas sind die da bestimmt Aber es sind nur die geilen, komplizierten Blöcke Ich will auf jeden Fall irgendwie in die Stehnte druck Ich brauch einen Refinery Slip, ganz bestimmt Und was? Einen Refinery Slip Oh, ich hab irgendwie Hunger Warte, wo ich da rüber Hier leben? Das ist meine geheime Höhle, wo ganz viele Diamanten sind Er isst einfach die Karotten so geil Schrapp, 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 schrapp Diamant-Hürden Es sind noch mehr, Alter, wie viele Diamanten Denn ich kann schon Diamantenrüstung bauen Na, doch nicht Wir haben ein Problem Ja, du hast ein Problem, weil ich bin der Adas Ich fliege schon Ich habe noch kein Geld mehr Ich komme Ich fliege Aha, für uns ist aber nicht zum gebrauchen der Red Rock, oder? Ja, was denn? Du hast Wasser an die Schocken-Samen, Alter Was geht los? Alter, da muss ich nur verschießt Holz Was kannst du mit der Feder machen? Was hast du verschießt am Boden, Alter? Da gehst du den Boden, oder? Da bleibst du Du bekommst die Augenkrebs Wehe, du greifst nur den Boden Wo bist denn du? Ich bin da hinten Red Rock abgefahren, Alter Na, ich bring da mal was zum Hut an Du bist so dämlich, ich schlieg dir Sachen ein für die Big Axe, gell? Und druck nicht auf Oder nimm sie nicht aus, aber geh weg Und dann fliegt sie einfach am Boden Die ganzen Sachen, die ich reingetan habe Ja Weißt du noch, wie man Brote macht? Na Einfach drei in einer Reihe Senkrecht, macht Spaß wahrgerecht Da ist ein Walzen Ja, wie der Red Rock gehört Achso Was ist hier verstanden, wie man Brote macht? Woher aus denn das Walzen, bitte? Von der Walzenfarm von der Village Jetzt wird dunkel Ob man schon auch nicht beten? Na Ich hab kein Schaf gefunden Da, Cobblestone Cobblestone So, da können wir schon mal ein bisschen bauen So, die So Die Kanten und die kommen von dein Haus Ja, jetzt noch mal 4, ich sehe jetzt die Red Rock Ich komm jetzt noch mal zurück Ja, du kannst jetzt auch mal woher bauen Ach, da ist schon mal ein Trebsund Hilfe Help Nein, Help 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 So, achte mal, Help Und die Checks einfach nicht Help Jetzt warst du mir eine Lektion, Alter Jetzt hab ich schon lachen, Alter So Jetzt brauchen wir bestimmt nicht Red Rock Haus, Alter Das ist wohl mein eigenes Haus Ja, du brauchst ja dein eigenes Haus Das wird ja meist Achso, jetzt hab ich doch schon die Wende angefangen Weh, du hast da jetzt irgendeine Schirr im Wende gebracht Ich hab ja nur die Umriss-Rende 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 Ist das der Rage und so, oder? Hast du da was markiert auf der Map? Nein, das ist der Todespunkt Oh Ich müsste es zwei von dir haben Oh, das ist der Aktuellste Wer ist, Alter Warum hast du mein Haus so verschandelt? Ich geh zu dem Fluss da zurück Ich geh zu dem Fluss da zurück Ich geh zu dem Fluss da zurück Ist so ugly, no Haben wir jetzt schon ein Bett? Nein Kannst du den in der Nacht abbauen Ich grob mich da jetzt in einen Bunker rein Luftschutzbunker Ist das sicher alles bei uns, ey Ich werde das so abgehen Ich werde das so abgehen Ich weiß wohl nicht wohin Ich brauche meine Schwerter Damit ich den Creeper boxen kann Schatz, guck mal Der Hund schon wieder rein, Alter Fickt euch ins Knie Ihr Wichser von Bogenschützen Ich werde den Hund schießen jetzt mir ab, Alter Aua Alter, der kriegt jetzt auf den Sock Da guck, Alter So, ich bin in meinem Luftschutzbunker Mir kann nichts passieren Ich stirb gleich, Alter Da kommt jetzt Wasser Alter, da sind 38 Gegner Wo bist denn du? Ich bin gehört, wo keiner hinkommt Aaaaah Auf einen 2x2 Meter großen Fleck Hast du da auch eine gegraben irgendwo? Jo Du hast das erfasst Du hast Das ist nämlich, Alter Das sieht einfach von deinem Flacken aus Alter, das ist geil Mal, jetzt haben wir meine Fackel abgegroben Scheiße Irgendwann wird reinfackeln müssen Lass schon werfen Fehl Ups Oh, der ist jetzt aber meint nicht mehr Alter Du bist dein Sticker, Alter Oh, ich hab zwei Herzen Shit Ich fahr doch auf der Balme mehr raus, Alter Warum fühle ich mich Ich spür mal Was ist das? Ich spür mal Das ist das Was ist das? Ich spür mal